Ich bin Robin, 22 Jahre alt und studiere an der Hochschule Offenburg Medizintechnik. Mein Name ist Melina, ich bin 24 Jahre alt und studiere International Management an der Hochschule Karlsruhe. Derzeit mache ich ein studentisches Praktikum bei der Karls-Martin Group im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation. Derzeit mache ich ein studentisches Praktikum bei der Karls-Martin Group ebenso im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation. Bei unserem Projekt ging es hauptsächlich um die Gestaltung der neuen Webseite und im Voraus mussten wir auch Texte sammeln, Texte bearbeiten und dann auch einpflegen. Außerdem mussten Medien gesammelt werden, sprich Bilder und Videos zu den einzelnen Produkten. Und dabei standen wir in engem Kontakt mit dem Produktmanagement. Wir haben auch an Schulungen außer Haus teilgenommen und durften dieses Wissen dann auch an die Abteilungen des Unternehmens weitergeben. Bei unserem Projekt haben wir sehr selbstständig gearbeitet. Dabei trugen wir sehr viel Verantwortung. Bei Fragen konnten wir uns immer um unsere Betreuung wenden. Allgemein herrschte ein sehr angenehmes Arbeitsklima, bei dem alle sehr produktiv, aber auch kreativ sein konnten. Beiui im Muslimbruch sein sollten Sie englichten, dass sie erleben, denn da was